Was geht Leute, damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Stumpelgeist Video und zwar machen wir ein Turnier und zwar ein 5 Euro Google Play oder iTunes Turnier also wer von denen gewinnt, kann sich auch suchen Google Play oder iTunes wir beginnen, let's go, wir haben dabei Amir, Canis, Leander Felix Leander Felix und Eldin und Wada OP wir sind gerade live, machen gerade alle mit let's go, wir gehen in die Runde rein ich bin gespannt, wie weit wir mit unserem Gold Roger kommen färme ich mal schön auf, let's go jetzt wird reingeschwitzt, Runde beginnt je nachdem, wer gewinnt, gibt es iTunes oder Google Play ok, das ist die erste mit, Paint, Splash, müssen rein schwitzen mehrere Special Skins, hier am Start, es geht um 5 Euro und ich verkacke gleich in der ersten Runde oder was wir räumen das Feld von hinten auf das wäre echt lost, Vorführeffekt ok, da sind die ganzen Bots nice, also wir können gleich die erste Runde ausschauen, es sind zu viele Bots da ok, da schwitzen, das sind schon im Ziel, die ersten gleich, ja ok, auf Verdacht nice ok, ich glaube der Rest sind nur noch Bots, kann das sein, dass wir wirklich eine komplette Bot runterwischt haben oder bis die kommen, ist schon heftig lang ja, da kommt niemand, ich glaube die Runde wird rausgegeben, irgendwann wird die Runde aufgegeben, glaube ich zwei noch, let's go, erste Runde ist ein Wahnsinn, da kann ich gar nicht rausfliegen nein, der hätte ich gar nicht rausfliegen können nice, zweite Runde, bin ich gespannt, was er jetzt kommt, ich hoffe kein Teamplay ok, naja, bin kein Teamplayer da, doch schon, aber ich glaube ich krieg da ja nicht so also ich hab da kein Glück ok, Laser, oh mein Gott, Laser Tracer let's go, bitte nicht mich boxen nicht fürs Video, fürs Video boxst ihr mich nicht jetzt, ok geht nicht auf mich oh, we lost von mir ok, ich darf halt nicht riskieren, ihr wisst Bescheid ich will meine 5 Euro auch verteidigen da wollte er, da wollte er, da wollte er mich Samurai knapp da erwischt er mich da erwischt er mich und das war's mit mir 8 von 8 eliminiert eh, wahrscheinlich war ich auch der 8 ok, wir schauen zu, wer das Ding rockt und die Runde gewinnt die ganze Zeit, Vorführeffekt sag ich wie es ist, die ganze Zeit spiel ich so gut boxen alle raus, vielleicht werde ich auch was einblenden knapp, wegschied wir haben auf jeden Fall Amir schon mal rausgehauen nice ja, Spaß beiseite wo wir die ganze Zeit live sind also ist echt sobald es um Geld geht sind die einfach richtig hype die Spieler hier Kollegen da im Livestream Amir, Canis und der andere Samurai vorne ok, ok ich schwitze noch nicht rein es geht immerhin um eine 5 Euro Karte also von dem her selbstverständlich ok Amir doch nicht Eladin oh mein Gott Eladin macht's oder was Canis nein er verkackt am Schluss Canis der Samurai verkackt am Schluss und Eladin gewinnt eine 5 Euro Google Play oder iTunes Karte Chi Chi auf jeden Fall und ich würde sagen lasst gern Like und ein Abo da weil ich werde natürlich den ganzen Stumple Pass abholen und mir fehlt nur noch der Ninja Skin Eladin wir melden uns nach im Chat und ja verlassen wir mal kurz zeig mal kurz da den Pass fehlt nicht mehr viel dann hab ich das Herz und so und ja lasst gern Like und ein Abo da und haut rein ciao ciao